Willkommen zurück, meine lieben Freunde, hier bei Satisfactory. Und ein Abo und ein Daumen nach oben sind natürlich wie immer umsonst, ob wir mich sehr freuen, dass ihr euch dazu entscheiden solltet. Wir gehen in die Wüste, aber das stimmt nicht, weil gerade im Chat über Wüste geredet wurde. Wir gehen natürlich nicht in die Wüste. Ich muss auch noch ein bisschen was craften, aber nicht viel. Wobei, muss ich das craften? Na, schon, irgendwie schon. Ich habe vergessen, die Kabel zu craften. Aber ich muss auch noch mal Drähte irgendwie besorgen. Wir gehen zu den Inseln und holen Öl. Aber nicht wirklich Öl. Wir machen nur ganz kurz eine Ölraffinerie, Ölpipeline, die ist das, um nur ganz kurz das Plastik und das Gummi herzustellen für die Forschung aus dem aktuellen Tier. Und ein bisschen was, damit wir die Knarre erforschen können und damit wir dann endlich auf ein Abenteuer gehen können. Yay. Endlich wieder Web erkunden und dann können wir uns die Naps zu eigen machen. Dann gibt es die Rache an den Spinnen. Yeah. So. Vielleicht muss ich ja da irgendwie Strom hinten hinbringen. Und das mache ich jetzt einfach mit den normalen... Wo mache ich das? Mit normalen Poles oder da sitzt ich mit einem großen Poles da hinten drin? Ihr wisst doch so, ob ein fett Strom da hinten war. Also macht es schon Sinn, das... Macht es schon Sinn, jetzt da auch Strom hin zu platzieren. Großen Strom. Aber wenn wir ihn da eh brauchen. Können wir grünen Strom produzieren. Grün gibt es hier nicht bei uns. Ich dachte, Öl ist grüner Strom. Ja, ja. Ganz grün. Ich weiß nicht, wie ich da gerade eine Leiter geklettert war. Aber ey, egal. Ups. Eins, zwei. Oh nein. Wäume stören. Ja, Wäume. Ihr wisst, was das heißt. Oh mein Gott. Sieht das kraft aus. Nein, egal. Ich kann die Dinger später nochmal anplatzieren. Ja, ich kann die Dinger später nochmal anziehen. Hier müsste das Öl gewesen sein, ne? Nach vorn auf den Inseln. Von hier können wir mit kleinen Strom arbeiten, ne? Strom durch Wasser legen, Klassiker. Da unten ist Öl, aber ich weiß nicht, ob das das gute Öl ist. Dafür war auch wieder Gegner. Normal war das hier, ich will das pure Glück. Da ist einer. Das ist reines Öl. So würde ich das sehen. Da kann man gar keine Fliegen raus. Ja, meinetwegen. Da, 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 da. Ach, die Kraft ist da falsch. Mit der Ölpumpe ran. Dann bringen wir den Strom mal kurz hier rüber. Da, 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 da So, ich erinnere mich überhaupt nicht mal an die Rezepte für Öl. Deswegen müssen wir jetzt erst mal schauen. Das wird nicht unsere finale Öl-Produktion. Wir machen das nur, um kurz ein bisschen an Gummi und Plastik zu kommen. 500 Gummi, 5 war Plastik reicht mir schon. Dann ist schon alles ready. Ready, ready, ready. Das ist alles, was wir brauchen. Ready to rumble. Ready to rumble, war richtig. Ich muss aber gucken, wie das mit den Raffinerien waren. Rest Kunststoff macht man aus Resten. Bei Kunststoff gibt es dann Schwerölrückstände. Die kann ich aber einfach ab, ab. Ich habe ja schon gesagt, die kann ich einfach aus dem Rohr rausnehmen die ganze Zeit. Troll-Koks kann man aus den Rückständen machen. Aha, aha. Erstmal brauchen wir Gummi. 30 roh irgendwo Minute. Wir sollten das auf Plattform bauen. Ist egal. Wir machen einfach hässlich. Es wird eh alles abgerissen. Alles, was ich hier bauen, wird wieder abgerissen. Jedes einzelne Stück, was ich hier bauen, wird abgerissen. Ah, die neuen Nachbarn da vorne. Die muss ich auch mal abreißen eben. Der Inglater ist jetzt schon zu viel. Soll ich erstmal eben dies Nutz. Die neuen Nachbarn, die will ich hier nicht haben. Hallo Nachbarn. Die. Die. Die sind Nutz. Ja. Ich habe nicht getebackt, nein, nein. das hat es gesagt nein 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 das würde ich niemals tun müssen wir was alles verarbeiten es reicht aber einfach wie wir müssen wir müssen die erbreiten weil wir die motor nachher wieder brauchen also von daher stahlbeton gut das ist der punkt an dem ich aufhören die dinge zu bauen das ist dann schon das reicht dann schon wie gesagt das ist nur temporär aber erst mal kunststoff ja 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 es ist alles nur temporär ja 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 und die kann man schön Flasch. Flasch. Wie gesagt, nur temporär. Aber wir müssen noch die Ressourcen da rausholen. Hey, in den Container. Da kommt das erste Plastik. Yay. Wir haben Plastik. Wir haben schon 28 Plastik. Wir sind reich. Endlich haben wir unsere finale Plastikfabrik. Ein Träum. Die muss manuell betrieben werden. Da muss jemand hier sitzen und immer Flaschen dann. Alle fünf Minuten oder so. Harry. Ich komme mal rüber. Ich habe einen neuen Job für dich. Immer Flasch. Flasch. Hier gibt es aber auch noch Alternativrezepte, die sehr cool werden. Warte mal. Ich weiß, was ich auch noch machen konnte. Ich könnte hier einfach die Dinger reinmachen. Seit 30 Megawatt braucht das Ding jetzt 100 Megawatt pro Ding. Die Skalierung ist hart. So. Egal. Dafür kriegen wir schon wieder Plastik. Wofür haben wir den Strom? Warum habe ich mir so viel Arbeit gemacht, diese Kohlekraftwerke zu bauen? Man sieht die Stritte, die da hochgehen, wenn ich nur die Raffinerien übertakte. Wupp, 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 wupp. Ei, 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 ei. Flasch. Gesamtes Rohnetzwerk. Flasch. Alles weg. Und jetzt frag bitte nicht, wo ich das hinflasche. Das kommt ganz bestimmt nicht, die Schwerügerinstände, wo ich ganz bestimmt nicht in die Naturflasche. Nein, das würde ich niemals tun. Das wäre ja unmöglich, Verschmutzung. Dass ihr sowas von mir denkt, ist traurig. Ich flasche das natürlich in meine Hose, in meine Pants. Hm. Ich flasche das natürlich in meine Hose, in meine Hose. Ich flasche das natürlich in meine Hose. Ich flasche das natürlich in meine Hose. Ich flasche die Schwerügerinstände, die ich festgelebt habe. Ich flasche das natürlich. Ich flasche das natürlich nicht. Ich flasche das und schlauze die Schwerügerinstände. Das war's für heute. So, XS war es, ne? Die Größe fürs Gummi. Ich dachte, du hast den Hörn nicht geliebt, Kastik. Bist du sicher? Ja. Du hast gar nicht viel Kastik geschafft. Das kann nicht geliebt. Mhm. Wollen wir mal sehen. Okay. Die Größe des Spieler. Die Größe des Genes. Das war's für heute. Hallo, der Gummimann ist da. Hab Gott, du hast Spaß, Stahlbetonträger und Rahmen herzustellen. Mm-hmm. 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 Guck mal, vier Stück. Mein Öntal ist groß. So. Vermisst du mich schon? Ein bisschen. Da muss ich mir gleich wieder unseren Rückweg begeben. Aber ich habe ja schon fast 800 Schwefel im Ölmetall. So. 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 Ich bewege mich auf den Weg zurück. So. 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 Toxischen Umgebung hier im Spiel, ey. Schlimm. Das sorgt mal eben kurz dafür, dass wir noch mehr Stahlbeton bekommen. Der Gegner, den wir mal getroffen hatten, der hat aber gestreilt. Glaube nicht. Den gleichen nochmal getroffen. Der hat selbst gestreilt, als er auf Plattformen gelaufen ist, wo definitiv nirgendwo Uran war. Ja hier wieder. Das hittet geht. Die Stahlbetonung hier in den Standort. Der Mäste im Stahlbeton. Der Mäste im Stahlbeton ist die Stahlbetonung nicht ganz schön. Wenn man ihn nicht schreit, was man seinen Handeln zeigt, dass wir dann noch Wiener LP. Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. Oh Gott sind die Displayschilder klein. Was? Verdammt. Die Displayschilder sind kleiner als ich gedacht habe. Mhm. Ich dachte da kann man jetzt irgendwie so noch so ein großes Schild dranhängen ans Haus oder so. Aber das sieht man ja kaum. Die Sohle stellt man rauchschwaches Pulver her. In der Raffinerie. Und dann verbraucht man Schwerirrückstände. Oh nein. Ach gut dass er Kohle gebracht hat. Danke Harry. Ich hab's grad gut gebraucht. Hast du gut mitgedacht Harry. Ich muss jetzt sehr viel Spaß vor mir herstellen. Das war's für heute. Das war's für heute. So. Beton ist ja schon mal fertig vom Ziel. Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. Woher jetzt brauchen wir noch die dings die rahmen da haben wir richtig luxus hier mit mark 4 bändern ich fand auch das übrigens noch mal zum thema mega factory ich fand es hat besser fürs let's play dass man das nicht als eine große mega factory macht vor allem halt dann sehr schwer zusammenspielen kann das merke ich ja hier in der hauptbasis schon das habe ich mit demzess besprochen dass er sich manchmal also sinnlos daneben stehen fühlt weil es hat schwer eine fabrik zu zweit zu bauen einen an der gleichen fabrik zu arbeiten weil er kann mir nicht in kopf gucken ich kann ihn nicht in kopf gucken das würde extrem viel absprechungsarbeit benötigen und das dann kam ich auch einfach schnell selber bauen heißt das ist das ding das absprechen der wort länger als der zeit ersparnis dass wir zu zweit sind und deswegen machen wir das mit mehreren gebäuden weil das viel immer sinn ergibt dann für den let's play vor allem im kopf und außerdem haben wir so immer im let's play immer kleine erfolge die man feiern können das nächste gebäude ist fertig ist das nächste ding ist hier fertig anstatt dass wir 50 parts haben in dem wir eine komplette mega factory geplant haben und dann noch bauen 50 parts lang 100 stunden am ende steht einfach eine mega effektion ja durchgespielt kann man machen aber sieht auch cool aus am ende aber es hat für ein display echt ein bisschen schwierig aber heute auch ab und zu mal erfolgserlebnisse ich kann drüben beim öl auch weiter kraften dann noch im schluss gefallen noch hin muss man dann noch 50 stück darf noch 100 motoren 200 gummi dann gibt es gewehr und gewehr munition trovo gewehr munition verbrauchen wir erst aluminium 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 wie manche engländer das sagen aluminium was bestimmt ist aluminium das ist aluminium das ist ein bisschen wie amerikaner ja die lagen aluminium genau das sind wirklich die amis die sind zu blöd für aluminium aluminium ist zu viel kriegen die nicht hin ist aber auf viel verlangt ist aber auf viel verlangt ach mach Das war's für heute. Oh, das ist ein Wotorn mit Gnummer. obwohl wir machen es aber so das ist auch schwer rückstände also power damit ansaugen kann der sauger so 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 Bum 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 Ich würde auch Nobelisten herstellen oder mal ein paar Gasmasken Wir werden uns auch um die Gasorte und sowas kümmern Wir werden ein richtig großes Abenteuer machen Das sage ich euch jetzt schon mal an diesem Part am Ende Die nächsten Parts Es kann sein, dass es ein paar mehr Parts dauert Bis das Abenteuer zu Ende ist Wir werden jetzt wirklich die ganze Map bereisen danach Deswegen bereite ich mich auch gerade groß vor Wie ihr seht Ich baue jetzt hier tausende Schwarzpulver Wir werden Munition horten Wir werden Nobelisken haben Wir werden Gasmasken haben Wir werden vermutlich Ich werde vermutlich mal gucken Dass ich Jetpack dann auch ausrüste Ich könnte gucken Ob ich uns kurz Fuel machen Aber wenn das Fuel Package noch nicht hervorge Deswegen kann man das eh noch nicht machen Und das erst einen Plastikcontainer füllen können Also das Einzige was wir nicht haben Ist das coole Jetpack Ich hoffe die Betonfabrik sieht jetzt stabil genug aus Dass du dich dort auch sicher fühlst Ich weiß ja nicht Ich habe hohe Sicherheitsansprüche Ich muss das noch mehr mir hinbauen Wunderbar Das macht die Motoren stimmt Na gut Und dann gehe ich schon mal kurz zurück zur alten Base Also alten Base Richtigen Base Das hier ist nicht die neue Base Das ist die Öl Base Der ist ausgezogen Ja In der hessische Öl Base Und das sehen wir Das hessische Monster Ne Sieht aus wie die Screenshots Ich geschickt habe Nur ein kleiner Ich habe in Hessen ein paar Screenshots geschickt Von den ganzen hessischen Factories Bis die Leute bauen Das hat Anfänger Base Ist dann ne Ich meine Ist ja nichts schlimm daran Wenn man Anfänger ist Sind ich schon verwerftig Hört den eigentlich ein O Das ist ja nichts Räufig und Räufigamme unlockt. A long range weapon and rapid fire ammunition, only to be used for the defense or acquisition of fixed property. Conveniently, this includes everything of value on this planet. Räufig and Räufigamme unlockt. 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 A ne. Hat was Mügen verbraucht damit ich platz frei wurde. so hier in der linken box liegt ein gewehr fix jetzt standard aus hier munition kommt gleich ich kann nur 750 stück herstellen sind so viel wo ist die karte die munitions deckt auf 500 linke kiste liegt 52 munitionen so sieht das schöne ding aus wenn es geladen ist gib mir all dein geld das ist ein banküberfall das dauert hat ein bisschen das herzustellen das muss alles mit öl hergestellt werden warst pulver mit schwer rückständen werden zu dem pulver was ich brauche um gewährleistung herzustellen und ich produziere schon mal keine ahnung 75 nobelisten oder so was keine ahnung was das ist ich mal gucken wie roti stacken ich denke mal 50 stück sollte der stack sein und schmeiße ich den einen sogar weg wir haben es ja so 50 nobelisten ich gehe jetzt noch mal munition besorgen oder zutaten von munition nein wie ist das doch passiert warum warum die wenigstens wissen wenn ich das mache woher das kommt wird da so eine reportage da wurde einem immer vor das haus gepisst und man hat sich der alte gefragt ob er sich vorstellen kann warum das passiert und dann sagt er warum 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 ja warum und dann liegt er auf dem boden und küsst quasi im boden wo er hingepisst wurde warum warum sehr lustig ist es ist lustig dass dem alten man immer vor das haus gepisst wird das ist nicht lustig das stimmt aber die zähne ist sehr lustig ich kann nicht verstehen dass er da so warum warum ist man ihn dauernd was aus da kommt das her noch mal 57 munition herstellen wir haben es ja das hat auch noch mal 500 dann hoch als notfall munition und dann Warte mal, 500 hoch. Ach ja. Ich habe 69 Energiescherze momentan. Die 69 begegnet mir heute die ganze Zeit. Genau wie gestern. Immer 69. 69 Stangen habe ich. Was ist hier los? Noch mal 645 mit Munition, aber dann muss ich schon wieder neue Kupferblecher holen. Du kriegst nachher von mir, glaube ich, 2000 Schuss. Ich glaube, das wird reichen. Für eine Spiele auf jeden Fall. Dadurch wird reichen, den ganzen Planeten zu dominieren. Da stehe ich mal nochmal 50 Nobelisten mehr her. Habe ich 100 Nobelisten, 2000 Schuss. Ja. Das ist mein Gesetz mehr. Ja. Jetzt ich habe auch ganz viele protein und sowas her also ganz viel inhaler her aber auch jede menge heile items das ist ein guter so so ich komme nochmal zurück alles noch vorbereitung für das große abenteuer hier wir haben ein bisschen wenige inhaler dann, wir haben jetzt 35 stück, ich muss noch zwei aufteilen muss mal gucken, ob wir vielleicht noch ein bisschen pilze sammeln, ich muss eh noch pilze sammeln für die masken aber ich habe 72 mit C, die auch ja, das ist nicht viel ich glaube, diese Runden-Dinger hier game of pilze, wenn man die abbaut nochmal eat these nuts, alle nuts mitnehmen und so, alles was man finden kann und so Hallo Wegner. Eat these Nuts. Oh, da sind zwei Nuts übereinander. Ne, das war eins. Ich meine, hier sind überall sehr viele Nuts. Noch mehr Nuts. Ich meine, hier sind viele Nuts. Ich nehme das Vassilium von denen natürlich gerne, aber es hat noch nicht viel. Nämlich die Mengen, die wir brauchen, glaube ich. Ich wollte das jetzt nicht ablehnen. Nur sagen, dass ich halt noch mehr sammeln muss. Ich würde keinen Weg drum herum führen. Ein Mann kann nicht nur von Nüssen leben. Ich glaube, ich habe schon 146. Ich weiß nicht, also... Word. Word, Word, Word. Noch mehr Nuts. Noch mehr Nuts. Und noch mehr Nuts. Noch mehr Nuts. Noch mehr Nuts. Alter, ich will dir, wie viel Nuts wir um die Basis haben. Oh, mein erstes Gegner gespielt mit dem Gewehr. Mhm. Der hat ja gar keine Schnitte. Das ist die Darungskette. Mhm. So. Äh. Noch mehr Nuts. Das kann ich noch abbauen für mehr Filz. Äh. 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 So, dann crafte ich noch mal 6 Protein-Handellatoren. Da haben wir uns zwei hiervon. Äh. Äh. Filze braucht man dann. Okay. Ich habe jetzt, äh, 44 in der Toren. Äh. 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 in der kiste links hast du jetzt schon mal 1000 munitionen schon noch 50 nobelesken her gasfilter brauche ich was gewebe muss ich das gewebe herstellen aus dem zeug gewebe dafür brauche ich auch noch biomasse kann herstellen ab sie mal in die werkbank das war es mit zielion muss mal gucken wie die gasmasken stecken dann würde ich sagen zwei stecks für jeden wenn es geht das sollten wir eigentlich in dem großen abenteuer nicht aufbrauchen ihr seht dass wir groß planen also 2000 munitionen für jeden 100 nobelisten die ich noch mitnehme zwei stacks gasfilter wir planen lange zeit nicht mehr in der base zu sein jetzt idealfall kommen wir mit 20 festplatten zurück vielleicht sogar 30 so da fehlt die kohle hat er wieder kohle mitgebracht der gute oder tage keine lust mehr auf kohle er hat keine lust mehr auf kohle ok da muss ich den ganzen weg nach oben trafen hat sich gefixt zwei sechs kohle ist nur noch drin was die haben sich getan zwischen der steilbaren vorletzte und die reihe davor so gasfilter 40 stück kann ich herstellen gucken wir auf die stecke also ich habe über 20 über 30 über 40 50er stacks das sind 50er stacks da 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 die kohle die jetzt knapp wird naja da 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 Ja, aber es sind noch 90. Hört auf mit der Kohle, leider. Das heißt, ob man vermissen würde mit der Kohle, ne? Dass da Ari Kohle bringt. Ari, bleib stehen, ich komm mit. Ich glaube, Harry hinterher. Oh nein. Ist er da wieder angestellt? Nichts. Muss da Kohle sammeln gehen. Ohne Kohle keine Filter. Passt auf dem Boden. Das war die Barte. Die ist nass, da kann ich nur reinmachen. Meine Mutter ist voll. Bull. Ja, zwei Stacks für jeden wird ein bisschen schwierig. Glaube ich, mir mit dem Pilz wird das nicht reichen. Vielleicht ein halbes Stacks für jeden oder so. Oh, nicht mal. ist ja in der nähe noch schon schön was hast du für mich zehn jungen das die fragen ich muss eh noch mal so ein ding für die raffinerie ich muss ja noch 1000 munizien für dich auch noch herstellen ich hab meine 2000 fast und noch 500 für mich dann noch 1000 für dich 1500 muss nachher hier gemacht werden vielleicht finde ich da drüber nach wie mercedium oder so da will ich noch festen treibstoff machen für die jetpacks und die verbrauchen die treibt auch relativ fix das sind ein paar dinge und steht auch mit weil es das viel müh aber jedes mal selium zählt und diese dinge da vorne abbauen die geben gar nichts nur für optisch abbauen für die optik so 1065 Gewehrmunition herstellen, auch schon die Fuffer für dich, die restlichen Fuffer für mich und Dreck dabei, nice. Ich lad mal die 22 Inhaler für dich hoch. Eine Gewehrmunition aus dem Stowage ist nichts zum rausnehmen jetzt, nur wenn wir nichts mehr haben. Das ist unsere Sicherheit. Ich habe schon 555 für dich, 570 habe ich schon für dich. Ich nehme einen an und da kommt der Rest. So. Wir müssten jetzt genau 1.000, 2.000, 3.000 und die 1.000 sehr für dich. Passt das perfekt. Das muss ich schon ein bisschen Mycelium finden. Was ist das wichtig? Okay, ich kann die 느껴지immen. 0.000.000. 2.0- machen nicht. ...die Last root von Schраф ist nochmal gewinnen. Mmm. 50 habe ich schon. 54. 60. 69. Nice. Er sagt ja die Zahl 69 verfolgt mich heute. Ich glaube das Spiel hat das absichtlich drin irgendwie. Wenn du nah an der 60 bist von der Ressource dann gib immer 9 wenn es random ist. Damit es auf 69 geht. Jetzt gibt es die Zahl die 69 fehlt. Jetzt habe ich mir nur 4 bekommen. Ich meine den Entwicklern ist das tatsächlich zuzutrauen. Dass sie das absichtlich einbauen. Weil es ist das gleiche Studio von dem auch Gold Simulator kommt quasi. Das ist die gleiche Firma dahinter. Da ist der Kerkhavi. Hat schon 1,5 Stunden lang aber es ist auch nur weil wir hier treppen. Wollen wir mal schauen ob ich jetzt die Filter noch herstellen kann. Mal schauen. 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 da hast du mal 1000 munition in der linken kiste 71 kann ich herstellen ich glaube ich 50 nobelisten hersteller die hochladen mit notfall ist alles nur für den notfall und für den notfall da wie dachte bei sachen sind strengen gibt es genug das wäre wieder die zutat hier dann ist es halt so der linken kiste liegen dann der filter weiß texten leider nicht wenn wir mal ziel gebraucht 50 nobelisten hochladen 4 kummi mitnehmen ist gut das ist jetzt die letzten platten hier drin das muss noch ein paar stäbe herstellen ich habe meine ganzen platten verbraucht ich nehme auch mal 200 mit in dem platten nehme ich auch mal 100 mit plastik passt so schrauben kann man auch mitnehmen dann muss ich craften das ist auch ein lustiges lustige sache bei dem spiel bei anderen spiel machst du inventar leer bevor du lust siehst hier machst du inventar voll und lust siehst du nie weißt dass die raumschiffe brauchen um referiert zu werden ein paar motoren mitnehmen wir auch praktisch weil manche dinger brauchen schon motoren plastik und rubber habe ich dabei auf jeden fall zumindest ein bisschen was ich hatte auch gleich noch was hoch das hochladen hilft auch sehr weil sowas wie blätter brauchst auf jeden fall nicht aber ich sollte ein bisschen biomasse oder so schon noch biomasse gleich zu festen biotreibstoff machen was ich habe ganz viel festen biotreibstoff aber was heißt ganz viel 300 aber das wird schon reichen auch jetpack frisst schon ganz gut wenn du zwei drei stunden damit unterwegs bist aber ich habe einen fall schon pack also nicht jetpack und fall schon gleichzeitig müssen und das ist halt mittendrin wechseln das kannst du machen aber 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 ein vorgesicht hat sollte der fallschirm besser genau ein jetpack ist halt besser wenn du mal ganz kurz irgendwo hoch musst oder nicht mit dem fallschirm hochgrenzen erst mal stangen produzieren eigentlich muss auch ein paar stahlbetonträger produzieren nur der rahmen wäre auch praktisch die zu produzieren weil das wird auch bestimmt übernötigt wird einiges was man preparen kann das schlimmste sind satisfactories unprepared loszuziehen und dann von so einem raumschiff zu stehen zu sagen auch mitgenommen das haben wir doch in der base 1500 stück davon warum habe ich jetzt nicht mitgenommen was die biomasse erzeugen muss in den festen biotreibstoff daraus machen für die kraftwerke dann die wir unweigerlich brauchen werden für raumschiffe dann kann ich 424 davon kraften also das klingt nach dem kraft den ich mache wenn wir zwischen den parts sind dann brauche ich das eben durch gehe auf toilette was machst du da ich weiß nicht wie viel modulare rahmen ich mitnehmen soll wir werden bestimmt auch unterwegs auch welche finden so ist es ja nicht aber ich lasse es erstmal bei 20 ich hoffe dass das reicht dann haben wir auch 50 stahlbeton oder so ich habe ja noch 49 dann habe ich 50 dann brauche ich aber auch wieder stahlträger die muss ich auch noch wieder haben würde ich jetzt stahl rausnehmen stahlträger craften stahlrohre kann ich so mitnehmen so das war aber hier die 106 hatte ich gleich noch hoch nehmen her dann stahl träger noch herstellen paar man weiß ja nie motoren habe ich dabei ich habe sechs motoren dabei das wird nicht genügen aber ich glaube ich habe noch irgendwo motoren in der kiste oder ich glaube nicht naja kann ein paar statoren herkraften aber ich habe nur 50 motoren also na 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 ja nicht so im schlimmsten fall kann ich ja motoren herstellen wenn ich dann da an so den dinge sind wo wir es brauchen würde ich sagen und dann ist der einzige kraft der übrig bleibt fester biotreibstoff dann sehen wir uns wieder im nächsten Part bis dann haltet die untertitel mit etwas bestes in ihrem leben und éste sich nur potato wird verabschieden sich bis dann tschüss 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 tschüss